Grüß euch, wir sind die Dirndl-Rocker und unser René hat euch was zum Sohn. Ja, liebe Freunde, der Dirndl-Rocker und das Original 30 Oktoberfest. Leider musste ja die große Veranstaltung abgesagt werden, aber nichtsdestotrotz haben der Gerhard Bauer und der Kevin Bauer es geschafft, den Trachtenfestival auf die Beine zu stellen. Es findet an den ersten beiden Oktoberwochenenden statt und wir, die Dirndl-Rocker, sind mit dabei. Am Samstag, den 10. Oktober, sichert euch eure Plätze, kauft euch die Korten, reserviert einen Tisch und wir sehen uns am Samstag, den 10. Oktober am Treisner Trachtenfestival. Bis dahin. Viert Deich!